Lange Wasser ist bunt und jetzt wirkt Lange Wasser in sich bunt. Schöner bunte Wände zu haben als graue. Die Kinder gehen jeden Tag vorbei und dürfen das sich anschauen. Vorher hat man nur die weiße Wand gesehen und ab und zu war das auch beschriftet von den Jugendlichen, was natürlich nicht so schön aussah. Schau was, das ist etwas Wunderschönes. Da ist sehr viel Herzblut drin. Wurde, dass die ganze Lange Wasser ausgestaltet ist. Das hat eine wahnsinnige Wirkung hier in dem Viertel. Sehr schön, das finde ich gut. Wenn es nach mir gehen würde, dann würde jemand hier so ausschauen. Ist dir langweilig hier? Wir kommen ja alle aus verschiedenen Ländern oder Regionen und so. Da wollten wir zeigen, wie wir zusammenhalten. Also dafür sind vier Elemente hier an der Wand. Feuer, Wasser, Erde und Luft. Die vier Elemente ergänzen sich ja in der Welt auch sehr großartig. Und ich denke auch viele Menschen, die aus unterschiedlichen Richtungen hier nach Nürnberg, nach Langwasser kommen, ergänzen sich auch ganz toll. Das Bunte hier ist auch das Bunte in Bezug auf Kulturelles. Diese Tiere hier sollen symbolisieren, was wir eine Gemeinschaft sind. Eine gute Möglichkeit, dass man den Slogan Langwasser ist bunt auch in die Realität umsetzt. Das Bunte in Bezug auf Kulturell. 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 Das Bunte in Bezug auf Kulturell.